Daniel Danny John Eulis ist ein britischer Schauspieler, Tänzer und Sänger. Leben Danny John Eulis ist ein Bariton. Bevor er ins Filmgeschäft wechselte, tanzte er in vielen Produktionen von Theatern im Londoner Theaterviertel Westend. Er gehört zur Originalbesetzung des Starlight Express Musicals. 1993 veröffentlichte John Eulis ein Lied von Ray DeWaff mit dem Titel Tanktide in einem Video. Dieses Lied erreichte die Top 20 der Charts im Jahr 1995. Des Weiteren war er mit der britischen Pop-Gruppe Wham als Tänzer unterwegs. Er war auch in ihrem Video zu Age of Heaven zu sehen. John Eulis tanzte auch bei der Fernsehshow von Lena Savarone. Nach ihrem Tod veröffentlichte er eine Homage an sie auf ihrer Website. Seinen Filmdebüt gab John Eulis 1975 als Frog in Seven Green Bottles. Später gab er zwei Figuren in die Reise ins Labyrinth seine Stimme. 1986 erschien er in einer Version von Der kleine Horrorladen. Im Jahr 2008 war er im Film DeGrin zu sehen. An der Seite von Rachel Weisz spielte er 2010 in Whistleblower in gefährlicher Mission einen Polizisten. Danny John Eulis ist am meisten durch die Rolle des Alcat in der britischen Science-Fiction-Serie Red DeWaff bekannt. Er war außerdem ins Kampf von Roy Minden zu sehen. Weitere Auftritte hatte er in Made Marianne and Her Merry Men, The Storymakers Casualty und Night Fever. Er trat auch in einer Episode der CBBC-Serie Kärchling auf. Momentan ist er in der BBC One-Serie Death in Paradise als Devane Myers zu sehen. Danny John Eulis hat einen Neffen namens Alexander John Eulis, der ebenfalls Schauspieler ist und schon an der Seite seines Onkels in Red DeWaff aufgetreten ist. Filmografie, 1975 Seven Green Bottles, 1979 Scum, 1986 Die Reise ins Labyrinth, 1986 Der kleine Horrorladen, 1988 zu 1999 2009-2012 Red DeWaff, 1989-1994 Made Marianne and Her Merry Men, 1995 The Tomorrow People, 2002 The Storymakers, 2002 Blade 2, 2003 The Crouches, 2004 Casualty, 2006 Doctors, 2007-2008 M.I. High, 2008 The Grint, 2008 Chops Hockey Chooks, 2010 Whistleblower in gefährlicher Mission seit 2011 Death in Paradise Join the Thumbma A SVT Vielen Dank.